Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, ähm, heute spielen wir mal wieder Fortnite Who's Your Daddy mit dem Foxy, hallo! Hi! Und mit dem Alexandros. Jo! Und zu guter Letzt noch der Freaks. Der Freaks? Me! Und ich würde sagen, wir starten direkt. Danke! Jungs, aufbereit! Und ihr seht ja schon, ähm, ich hab den neuen Panda-Bär-Skin drin. Den hab ich mir gestern gekauft. Ich find den wirklich sehr nice, also, ja. Wir spielen auf jeden Fall jetzt eine Runde Who's Your Daddy. Also, ich bin der Papa, ich muss in meine Rolle. Okay, bin in meiner Rolle. So, Leute, die Meute, die Beute. Okay, wir sind jetzt in der Runde und... Ich wohne in Salty Springs. Also, Leute, wir wechseln jetzt mal... Wir wechseln jetzt... Also, wir wechseln jetzt mal das Team und dann geht's schon los. Okay. Ja, alle Salty, alle Salty. So, Leute, Leute, die Meute, wir wechseln jetzt mal das Team, weil wir, äh, ja, wenn unsere Kinder schlimm sind, müssen sie ja auch Schaus kriegen. Ja, okay. Ich bleib Team 1. Okay. Ich bin Team 4, ich bin Team... Ah, ich bin Team 3, ich bin Team 3, ich bin Team 3. So, wir gehen jetzt in unser Haus und let's go. Kinder, alle ins blaue Haus. Alle rein, Kinder. Ich hab' vergessen, ich hab' vergessen. Äh, Foxy, willst du was zu essen? Ja. Äh, okay, dann geh nach... Dann geh nach Greasy zum... Komm, wir gehen jetzt nach Greasy zum McDonald's, weil, ähm, deine Mama ist vor... Weil deine Mama ist vor drei Tagen an einem Autounfall gestorben und ich kann nicht kochen. Also, komm. Also, ja. Kinder, wir gehen zu McDonald's. Ja, wecky. Ja, wecky. Nein, wir gehen. Jo, kommt. So, wir gehen zu McDonald's. Freaks, wie geht's dir? Wer lootet hier das Haus vom alten Nachbarn? Wie geht's gut? No, ich muss das Klo. Ich wollte nur in den Schlafstuhl, damit ich, damit ich, ähm, ja, nichts, keine Späterkinder haben. Okay, alles klar. Papa, ich muss das Klo. Ja, warte, ich baue dir kurz eine Hütte, warte. Lali, lali. Hier kommen die Hütte, mein Sohn. Nein, nicht zerstören, hier ist deine Tür. Hier, alle draußen warten, so. Hier. Ich brauche Toilettenpapier. Toilettenpapier wäre gut. Mann, jetzt! Du bleibst jetzt in deiner... Ja, komm, ich gebe dir Toilettenpapier. Kommt, wir gehen jetzt zu McDonald's. Upsi, was soll das? Das war Toilettenpapier. Komm, Kinder, ich baue uns jetzt eine schöne Treppe. Und jetzt gehen wir zu McDonald's. Darf ich die Treppe bauen? Nein. Upsi, wir müssen stehen. Upsi, da ist mir meine Schrotflinte ausgekommen. Das tut mir aber leid. Das war mein Bruder. Das ist für mein Bruder. Upsi, da kommt mir nochmal... Upsi, die schießen mich ab. Ja, da ist mir manchmal meine Waffe ausgerutscht. Ja, das tut mir jetzt aber leid. Äh, äh, nicht, nicht, nicht. Das tut mir gar nicht leid. Okay, äh, ja. Ah, meine Waffe! Ah, meine Waffe! Meine Waffe ist mir ausgerutscht, Kinder. Komm, wir bauen jetzt wieder eine neue Treppe und die wird besser. Okay. Komm, Kinder, wir gehen jetzt zu McDonald's essen. Aua, ha. Denn jeder mag den Mäcki. Keiner geht vor Papa. Los, zurück in die Reihe. Okay. La, 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 wir gehen zu Mäcki. Und jetzt alle! Ja, la, 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 jetzt gehen wir zu Mäcki. Richtig. Los, kommt! Nein, alle! Wir gehen zu McDonald's! Oh mein Gott. Okay, jetzt kann ich... Jetzt kann ich mit meinem Zug herfahren. Hier! Papa! Ich mache kein Zerbe. Dann kriegst du halt Salat. Aber ich hasse Salat. Dann kriegst du halt nichts! Ich habe das jetzt. Okay, dann kriegst du Chicken. Äh, der McDonald's ist anscheinend gesperrt. Ähm, Kinder, alle raus. Wir gehen wieder nach Hause. McDonald's ist leider... Ernst? McDonald's ist leider gesperrt. Kommt, Kinder. Ich habe kein Fahrzeug. Ich habe kein Fahrzeug. Du benutzt hier kein Fahrzeug. Los, runter. Runter! Gehen wir zum Tomaten-Tempel? Nichts essen, denn Pizza ist... Denn Pizza ist... Au! Kommt, Kinder! Braa! Nein, ich will Pizza! Kinder, kommt jetzt! Aber da will ich mal... Pizza! Kinder, los, kommt jetzt mit oder er sterbt. Ich lese mein Buch über das Laserbein. Ähm, okay, Kinder... Warte, äh... Ja, hallo? Äh, äh... Warum? Äh, äh... Okay, tschüss. Kinder, wir brauchen eine neue Wohnung. Unser Haus ist kaputt. Da ist ein Meteor eingeschlagen. Wir wohnen jetzt hier, Kinder, okay? Kinder, wir wohnen jetzt hier, okay? Kommt, alle hoch. Okay, ähm... Lass mich rein, ich habe das für dich. Ich habe das für dich. Foxy und Alexandros. Foxy und... Oh, danke. Foxy? Foxy? Papa, Hilfe! Okay, ähm... Kinder, also Alexandros und... Nein, das brauchen wir nicht. Okay, Alexandros und Foxy, ihr schlaft hier. Da ist kein Bett, aber einer schlaft am Schrank und einer am Stuhl. Und, ähm... Gute, Papa! Gute Nacht! Braves Lama! Und Freaks, komm, Freaks! Freaks, komm, du schlafst am Dachboden. Hier, komm hoch. Schlafst am Dachboden. Mh, 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 mh... Oh, Gott, ich habe den Bild wieder. So, Kinder! Jetzt alle schlafen. Es ist schon nach... Es ist schon nach Mitternacht. Gute Nacht! Schlaft schön! Gute Nacht! Daddy geht sich jetzt... Daddy geht sich jetzt ein bisschen betrinken. Papi? Papi, eine Frage. Papi, eine Frage. Dürfen wir... Gehen wir mal zur Disco? Ja, morgen, okay. Jetzt rein mit dir! Papi geht sich ein bisschen... Papi geht ein bisschen trinken. Ach, diese blö... Ach, diese blöden Kinder. Warum habe... Warum habe ich mit meiner Frau diese Kinder bekommen? Warum habe ich das verdient, mein lieber Gott? Papi geht jetzt in die Disco. Oh, la, 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 blub, 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 blub. Oh, 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 okay. Nichts passiert. La, la, la. Oh, hallo, Mister. Geht es Ihnen gut? Oh, oh, da ist mir meine... Oh, oh, da ist mir meine Waffe ausgerutscht. Oh, oh, oh. Oh, jetzt ist der Tod. Ja, äh, ist egal. Ja, äh. Äh, warte mal, warte mal. Es ist erst 3 Uhr. Meine Kinder müssen noch gar nicht schlafen. Na gut, dann gehe ich wieder zu Ihnen. Nein. La, 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 la. Ich gimme Süßes. Ich esse Süßes. Hang. Ja, die Treppe wird schon keinen Nerven. Stimmt's? Stimmt's? Ja, okay, stimmt. La, la, la. Was? Papa, kommt. Papa, kommt. Kurz mal das Dach kaputt machen. La, äh. Äh. Papa. So, das Dach wurde repariert. Jungs. Nein, wirklich. Out of play. Out of play. Ich muss es Mittagessen. Äh. Okay, tschüss. Okay, Kinder. Kinder. Okay. Papi ist zurück. Ihr habt erfahren, dass es erst 3 Uhr ist und ihr müsst noch gar nicht schlafen, okay? Kinder. Kinder. Was wollen wir tun? Das. Disco. Okay, komm, wir gehen in die Disco. Mann, jetzt sch- Au, 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 au. Bleib stehen. Dein Vater befiehlt dir. Du bleibst jetzt stehen. Ja. Du Kleider. Kommt, Kinder. Wir gehen jetzt in die Disco. Da bekommt ja ein paar heiße Mädels, okay? Ja. Kommt, Kinder. Ich will keine Mais. Kommt, Kinder. Ich will nicht kaufen. Kinder, kommt jetzt sofort. Oder ich... Ich will sie. Ach, meine kleinen Kinder. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Hört jetzt auf zu schreien. Nein, wir schreiten weiter. Es muss mir mit einem ewigen Duell. Was? Du willst ein Duell mit deinem Vater, okay? Du kriegst ein Duell mit deinem Vater. Nein, ich bin nicht hier. Komm her. Du willst ein Duell? Du kriegst ein Duell. Komm her. Hey, du hast gerade deinen eigenen Sohn getötet. Er wollte Krieg. Dein Vater befiehlt dir, dass du jetzt sofort stehen bleibst. Mann, jetzt. Bleib stehen. Also, hallo. Jetzt. Hör jetzt auf. Wenn du deinen Papa... Okay, das Lama gehört dir. Das Lama gehört dir. Kleiner Sohn. Hättest du ehrlich gedacht. Dieser Kleine. Meine Kinder. Die sind schon. Was habe ich... Was ist mit... Was ist mit euch passiert, Kinder? Ja, keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, als Baby zu oft auf den Kopf gefallen. Oh, okay. Dann ist der alles gut. Alles normal. Kommt, Kinder. Wir gehen jetzt in die Disco. Alles klar. Mein Papa sagt noch, ich finde, der ist gut. Ich gehe vom Dach rein. Einbrecher, sein... Keiner bricht in der Disco ein. Kommt, Kinder. Wir tanzen jetzt. Zeigt eure Tanzmoves. Oh, yeah. Aha. Dance Battle. Dance Battle. Kinder. Dance Battle. Uh, gute Moves, Kind. Aber gegen den kannst du nichts. Gegen den hier kann ich auch nichts. Ihr könnt nichts gegen das hier. Und ihr. Ehrlich? Nicht. Gegen den hier machen. Keiner kann was gegen Papa. Papa. Kinder. Ihr hört jetzt. Ja. Okay. Kind. Ich werde euch umbringen. Ich werde euch alle... Das war das letzte Mal, dass ihr euren Vater beleidigt habt. Nein, nicht du, Foxy. Foxy, dich will ich nicht umbringen. Du bist mein Lieblingskind, Foxy. Foxy, du bist mein Lieblingskind, wenn du mir jetzt hilfst. Hallo. Nein, ich will was. Los, Foxy, hilf mir. Ich bleib extra stehen. Du hast das letzte Mal dein... Ich bleib extra stehen. Ich bleib extra stehen. So. Mir wird das alles zu viel als alter Herr. Ich halte das nicht mehr aus. Ah, Hilfe. Ah. Ah. Das wird mir... Das wird mir... Das wird mir zu viel. Ah. Das wird mir... Zu viel. Ah. 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 Ich dachte, ich bin ein Lieblingssau. Ah. Das wird mir zu viel. Ah. Hilfe. 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 Loda, ich bitte dich. Ah, der Papa ist durchgedreht. Es wird mir alles zu viel. Ah. Oh mein Gott. Jura. Ich werde euch alle umbringen. Euch alle. Ah. Nein. 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 Bleib jetzt stehen, du klein... Ah. Hilfe. Ah. Ah. Ja, wir haben es geschafft. Lass sie hochquittern. Lass sie hochquittern. Lass sie hochquittern. Lass sie hochquittern. Oh mein Gott. Na warte, ihr klein... Na warte, ihr klein Biester. Na warte. Hush. Na warte, ihr kriegt noch euer Schmalt. Papa ist... Papa ist besoffen geworden. Oh Gott. Ihr werdet alle sterben. Lass meine... Lass meine Verwaltung. Lass sie hochquittern. 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 Vielen Dank.